Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brothers A Tale Of Two Sons. So, ich habe gerade, äh, was gemampft. Erstmal wieder in die Steuerung so ein bisschen reinkommen, aber, äh, ja, bin schon wieder drin in der Steuerung. So, wir haben gerade diese Lady befreit, stimmt. Hey, kann ich mit dem kleinen Junge was sagen? Nee, nicht ins Boot. Nein. Ja, genau, schwimmen alleine weiter. Tschüss. Ach, sie kommt mit. Oh Gott. Ähm. Äh. 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 Jetzt mal gucken, wie die Steuerung hier funktioniert. Da sind irgendwelche komischen Fische. Ich würde mal sagen, es sind Piranhas. Ähm. 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 Eiswelt hier, ne? Ach, du Scheiße. War das das Viech da unten, oder war das jetzt irgendwo oben ein Viech? Ist das ein Orca, oder? Oh! 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 Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Okay. Wir haben uns in Ruhe gelassen. Der Rest ist mir auch egal. Oh! 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 Lass es mal sein. Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Gott. Alter. Hilfe. Geh dahin. Ja. Ja. Oh. Cool, die Schnee spuren. Und rüberjumpen. Ähm. Hallo, Junge, 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 Hallo, spring! Er springt nicht. Mir kann die ganze Zeit was passieren, ne? Ei, 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 ei. Aber es sieht immerhin bis jetzt ziemlich nass. Oh nein! Habt ihr es gesehen? Da war, da war eine Schildkröte. Komm her, kleiner Junge. Hallo. Er hängt da fest irgendwie. Hey, Naïve! Wir helfen dir. Wir helfen dir. Oh nein, die ist da oben gefangen. Komm schon. Das gibt 100 Brunnen Errungenschaft, oder? Hey, nein! So, wir freuen euch. Errungenschaft reingeschaltet. Schildkrötensuppe? Warum sagst du so was? Spiel! Tschüss! Tschüss! Warum auch immer die Errungenschaft Schildkrötensuppe heißt? Alter, es gibt sowas wirklich. Hätte man einen anderen Namen nehmen können. Finde ich nicht gut. Ne. So, komm, Brother. Ach so. Ne, mach das mal wieder andersrum, sonst bin ich wieder verwirrt. Ich bin jetzt schon verwirrt. Sag ich ja. So geht's viel einfacher. Da sind doch Leute eingefroren. Kuna? Was für Kuna? Kuna, Matuna. Ah, ich brauch die Säge. Die sind eingefroren. Aber wo geht's denn hier lang? Bruder, kommst du auch hoch? Ah. Kann man sitzen. Äh, Bruder, setz dich mal da. Und kleiner Bruder da. So. Okay. Errungenschaft freigeschaltet, Wahlgesang. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet tatsächlich, weil das Bild an sich sah jetzt nicht so. Also, da haben wir schon coolere gesehen auf jeden Fall. Dafür war das also für eine Errungenschaft. Nice. Dann haben wir jetzt noch das Säschelchen. Und. Oh Gott. Da 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 da. Da. Ja, wir wissen es. Ja, ja, ja. Kaya, Kaya, Maria. So, jetzt wieder. Okay, man kann es nicht schnell drücken. Äh, was macht die Frau? Warum ist die so, so ultra? Ja, er gedrückt wird, der andere geht vorwärts, alles klar. Und der Bro will der coole sein hier, der große. Der big Bro. So. Wo sind wir denn jetzt? Ach, hier ist so ein Dorf. Okay. Ah, die Steuerung. Ähm. Es sind geringfügig viele. Wie geht es aber noch weiter? Ja. Oh. Ähm. Ja. Ciao. Du willst dich da rüberschmeißen? Ciao Ja, natürlich Oder? Oder Ciao Als ob der das überlebt, ne? Der Kleine kann sich wieder hier... Oh, wir müssen auf mehreren Ebenen spielen Ach du Scheiße Ähm Der ist unsichtbar Der ist unsichtbar Der ist unsichtbar Natürlich Der ist unsichtbar Das ist unsichtbar Ich bin Okay. Nun macht die Frau. Ja, ist klar. Die springt da einfach rüber. Ach so, wir springen da auch rüber. Was ist das mit einer krasser Lady hier? Ja. 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 Unsichtbarer Riesen. Nichts klar. Kuna? Hakuna Matata? Ja, du sollst dich nicht da dran hängen. Oh Gott. Wir könnten uns jetzt auch einfach in der Luft hängen lassen, ne? Natürlich müssen wir dem Riesen folgen, ist klar. Oh, da müssen wir uns wieder verstecken. Könnt ich ein bisschen schneller rennen? Könnt ich ein bisschen schneller rennen? Hilfe! 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 Oh, Brunnen müssen wir immer machen, ne? Oh, schade. Der ist zu gut freuen. Okay. Okay. Ich hasse es. Ich hasse es. Tschüss. Ciao. Malah! Alila! Naeita! Bohe! Sindsch? Tja. Alter, was? Was? Was ist das denn? Kann ich mich irgendwo bitte auf eine Bank setzen? Alter, wie geil. Ich spreche es dir uns nicht ein. Alter, sah das geil. Ich hätte gerne so einen Screenshot davon noch gemacht. Alter, sah das gut aus. Oh, ähm. Na? Ihr kleinen Leichen? Woher kennst du die denn Eingang? Kann ich da hoch? Hä? Oh nein. Ne fette Spinn. Wie geht das denn? Tja. Ja. Naya! Was kann es machen? Oh, Gott. Ich stelle uns. Ich bin raus. Na komm! Reise die Beine raus! Ja! Reise die Beine raus! Sen! Ohne scheisse! Sanita! Yes... Amen. Oh scheiße, alter. Damit würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Alter, DTS ist dieses Spiel. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. DTS ist das Spiel.